Servus und herzlich willkommen auf mitmann live. Heute, wie ihr auch im Hintergrund schon sehen könnt, würde ich gerne euch diesen Maxi Pro MP 808 präsentieren. Diese Diagnosetester, der hat mich auf jeden Fall überzeugt, weil ich mit dem alles machen kann. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Wir können mit diesem Diagnosetester nicht nur Fehler auslesen, egal in welchem Steuergerät, egal von welchem Steuergerät. Wir können Tiefendiagnose durchführen. Wir können damit Steuergeräte programmieren. Wir können damit die elektronische Parkbremse zurückstellen. Wir können damit Inspektion zurücksetzen. Wir können damit sogar Tacho justieren, wenn wir natürlich so ein Code haben. Und dem Letzten habe ich auch mit diesem Diagnosetester bei einem Opel den Rußpartikelfilter freigebrannt. Das geht genauso. Also wir können nicht nur ins Tiefendiagnose gehen, wir können damit auch Parametermessungen durchführen und so weiter. Ich bin jetzt von Autel Partner geworden. Mich hat das Ganze immer gestört, weil viele chinesische Anbieter diese Diagnosetester einfach auf den Markt geschmissen haben und keiner hat dann so richtig betreut. Also die Leute betreut, besser gesagt. Weil sobald ihr dieses Diagnosegerät kauft, ist es ja in englischer Sprache eingestellt. Und da ihr dann über meine Seite kaufen werdet, Geldgeil24.shop. Den habe ich euch unten auch verlinkt. Dann werde ich euch nicht nur unterstützen, sondern ich bin für euch dann der Ansprechpartner und das Bindeglied zwischen euch und Autel. Sobald ihr dieses Diagnosegerät bestellt habt, bekommt ihr es nach Hause zugeliefert. Ich werde für euch die Sprache Deutsch einstellen in den Updates. Zuerst kommt es natürlich in der englischen Sprache. Da müsst ihr ein Update durchführen. Ich tue davor die Seriennummer einfach ein Auto schicken an meine Geschäftspartner und die tun die ganzen Updates auf Deutsch einstellen. Wenn ihr das sonst irgendwo auf Ebay kaufen würdet, wäre das auf Englisch eingestellt und sobald ihr auf Deutsch versucht einzustellen, dann findet ihr keine Fahrzeugmarke, kein Auto und nichts dort. Das kommt daher, dass es keiner auf Deutsch umgestellt hat. Also, ich würde euch gerne dieses Diagnosegerät jetzt präsentieren. Es kommt in einem Karton. Und dann habt ihr so eine wunderschöne Verpackung. Das kann man überall hin mitnehmen. Es unterstützt WiFi. Und es erklärt sich eigentlich alles ganz von alleine. Schauen wir mal, was da drin ist. Die Verpackung sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier die Gebrauchsanleitung. Da haben wir unser Hauptgerät. Servus Flugzeug. Es tut mir leid, es wird ein bisschen laut sein. Aber über uns fliegt so ein kleines Propellerflugzeug. So sieht es aus. Richtig kompakt und praktisch. Da haben wir noch so einen Ständer. Dann können wir das einwandfrei hinstellen. Hier haben wir unser Interface. Interface, unser Stecker. Den müssen wir einfach oben einstecken. Richtig rum natürlich. Zudrehen. Und starten. Einfach oben lange drauf drücken. Dann geht es auch schon an. Ich hoffe, man sieht nicht nur mich und das Smartphone. Sondern auch unser Maxi Pro PMP 808. Also, sobald das Gerät gestartet ist, müssen wir erstmal die ganzen Updates durchführen. Ihr müsst euch auf der Seite von Autel registrieren. Das seht ihr jetzt in diesem Video nicht. Falls ihr da Hilfe benötigt, kann ich euch da auch gerne helfen. Bevor ihr die ganzen Updates durchführen könnt, müsst ihr hier überhaupt WLAN einstellen. Wir haben hier WLAN. Da haben wir auch Einstellungen. Auf WLAN draufklicken. Also, auch wie bei einem ganz normalen Computer. Hier euch in euren WLAN einloggen. Und dann das Programm öffnen. So sieht unser Programm aus. Ich muss das ein bisschen tiefer setzen, damit wir nicht so viel Spiegelung da drin haben. Aber wie man direkt auch erkennen kann, haben wir hier alles auf Deutsch. Hier können wir die ganzen Updates durchführen. Zuerst natürlich die Updates durchführen. Da draufklicken und dann wird das Ganze heruntergeladen. Falls ihr irgendwelche Probleme habt, einfach mich anschreiben. Und die Probleme löse ich dann für euch. Wenn wir dann auf Einstellungen gehen, wenn es in englischer Sprache ist, dann müssen wir natürlich die Sprache auswählen. Da wird zuerst Englisch draufstehen und wir wählen einfach Deutsch aus. Und dann wird das Ganze auch auf Deutsch umgestellt. Und hier können wir dann auf Fehlersuche gehen. Aber dazu benötigen wir natürlich ein Auto. Also gehen wir mal zum Auto. Wir probieren das Ganze mal bei meinem Porsche Cayenne aus. Da so heißt die Seite. Geld, geil, 24. Aber nicht .de, sondern .shop. Ihr könnt auch gerne hier drauf gehen. Dann könnt ihr euch eine super Finanzierung konfigurieren oder einholen. Oder verschiedene andere Sachen. Da bekommt ihr Provision von mir. Weil ich nicht einfach nur Geld verdienen möchte, sondern auch mit euch teilen. Ich arbeite mit Geld, geil, 24. Also nicht Geld, geil, 24. Das ist ja meine Seite. Sondern ich arbeite mit Check, 24, Smava, Verifox und verschiedene andere Partner. Und da könnt ihr euch einfach Provisionen abstauben. Zum Beispiel, wenn ihr euch eine Kfz-Versicherung vergleicht, dort abschließt, dann bekommt ihr von mir 20 Euro gutgeschrieben auf euer Paypal-Konto. Also, wenn ihr einen Kredit euch nehmt von 50.000 Euro zum Beispiel, dann bekommt ihr von mir 300 Euro Provision und so weiter. Aber schaut mal bei der Seite vorbei. Also, als erstes müssen wir natürlich unseren Diagnosestecker finden, also BD. Zwei Stecker und einfach reinstecken. Ja, da fehlt wohl eine Schraube. Jetzt hören wir auf dem Piepsen. Damit wir damit beginnen können, müssen wir natürlich die Zündung einschalten. Aber da wir ja länger zum Beispiel mit diesem Diagnosegerät arbeiten wollen, dann schalte ich meistens nicht nur die Zündung ein, sondern starte den Motor. So, wunderbar. Hör auf zu spiegeln. So, Leute. Jetzt können wir direkt hier die Musik leiser stellen, damit ihr mich verstehen könnt. Service jetzt. Uiuiuiui. Damit können wir auch natürlich den Service zurückstellen. Aber das wäre ja Schwachsinn, wenn wir den Service einfach so zurückstellen, ohne diesen Service zu machen. Also, hier können wir dann die automatische Suche drauf tippen und dann hier unten auf Einlesen. Dann sollte er unsere Fahrgestellnummer hier einlesen. Wenn meine Hülle nicht so schön glänzend, dann würdet ihr da nicht so eine Spiegelung sehen. Aber bei manchen Fahrzeugen klappt es vielleicht nicht, die Fahrgestellnummer einzulesen. Dann muss man das Fahrzeug halt manuell auswählen. Aber hier bei diesem Fahrzeug hat die Dekodierung fehlgeschlagen. Das heißt, wir können dieses Fahrzeug hier nicht über die Fahrgestellnummer nehmen, sondern einfach über die manuelle Auswahl. Wir haben hier ein Porsche. Muslane, Kontinentalbauerei und so weiter. Was haben wir hier denn für ein Fahrzeug? Kommunikation zum Fahrzeug wird hergestellt. Jetzt hat die Kommunikation geklappt. Ihr habt gesehen, wenn zum Beispiel hier das Automatische nicht funktioniert, bei manuellem etwas anderes drauf steht. Auto zum Beispiel hier Bentley. Die Sache ist ja die. Das ist eine Baukastenbaureihe beim Cayenne. Der Cayenne wird genauso gebaut wie der Touareg. Der Touareg wie der Q7 und Bentley wie auch alle anderen und so weiter. Und deswegen kann es manchmal vorkommen, dass wir da das Fahrzeug nicht direkt über die Fahrgestellnummer aussuchen können. Aber wir haben hier auch kein Bentley. Sondern wenn wir jetzt ganz zurückgehen, wirklich beenden, da sagen wir von Anfang an, was haben wir denn für ein Fahrzeug? Wir können entweder hier sagen, wir haben ein europäisches Fahrzeug. Und dann zeigt er uns an, Bentley, Skoda, Volkswagen, haben wir nicht, Alfa, Mercedes, Saab. Nein, wir haben hier ein Porsche. Dann suchen wir halt ein Porsche aus. Seht ihr, mit diesem Programm könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Jetzt wieder auf automatische Suche, einlesen, V oder F, I, N, also die Fahrgestellnummer wird hier abgefragt. Und wir warten, bis wir hier reinkommen. Also das eignet sich auf jeden Fall, dieses Diagnosegerät, für eine Werkstatt. Und sogar für Leute, die selber einfach so nur am Fahrzeug schrauben möchten. Manuelle Auswahl, Cayenne. Wir haben bis Baujahr 2010, würde ich mal sagen. Und hier können wir dann verschiedene Funktionen durchführen. Wir wollen zum Beispiel hier auslesen. Fehler auslesen. Dann gehen wir auf Diagnose. Und dann läuft hier die Abfrage. DME. Oh, das Motorsteuergerät hat schon mal einen Fehler. Und ich weiß, welcher Fehler das ist. Wenn ihr jetzt auf meiner anderen Seite wart, oder auf der YouTube-Seite. HMM Handwerk mit Mitmann Live. Dann werdet ihr sehen, was für ein Fehler da war. Und auch weitere Fehler. Aber dieser Fehler ist halt geblieben. Hier können wir alles auslesen. In die kompletten Systeme, was dieses Fahrzeug überhaupt hat. Damit es nicht zu lange läuft, dann halte ich das hier geschwind mal an. Wenn ihr ja zum Beispiel nicht die ganzen Systeme auslesen wollt. Anhalten. Und dann wollen wir hier reinschauen. Schaut mal. Anhängerkupplung hat einen Fehler drin. Wieso hat die Anhängerkupplung hier einen Fehler drin. Und dann warten wir halt mit euch. Und schauen uns mal diesen Fehler an. Fehler drauf tippen. Okay. Fehlercode auslesen. Fehler löschen. Stellglieddiagnose. Also wir können die Anhängerkupplung von hier aus ansteuern. Steuergerätinformation. Echtzeitdaten. Wir wollen aber den Fehler auslesen. Control-Modul-Faulty. Also je nachdem, ob es solche Fehler in Deutschland gibt, auf Deutsch oder nicht, zeigt es entweder auf Deutsch oder auf Englisch an. Die meisten Fehler, die werden auf Deutsch angezeigt. Und da das Control-Modul fehlerhaft war, das Problem war, hinten waren bei uns Kästen und die Kästen haben die ganze Zeit gegen diesen Knopf gedrückt. Hin und her. Und dann kam natürlich ein Fehler von der Anhängerkupplung. Wenn wir jetzt aber nicht wissen, was das hier ist, Control, dann gehen wir hier auf Suchen. und dann gelangen wir hier weiter, direkt ins Internet und können dann sehen, ob jemand schon mal solche Fehler hatte. Und dann könnt ihr hier durchstöbern, wie zum Beispiel Motor-Talk und so weiter. Okay, was dieser Fehler überhaupt war. Ich weiß, was dieser Fehler bei mir gewesen ist. Wie gesagt, die Kisten kamen dagegen und deswegen hat es dann Störungen ausgemacht. Wir wollen aber hier diesen Fehler löschen. Drücken oben drauf, auf Löschen, Zündung aus, Motor aus, ja, das habe ich gemacht. Wir klicken auf Weiter. Codes wurden ermittelt. Normalerweise müsst ihr jetzt Zündung ausmachen für 10 Sekunden und dann die Zündung wieder einschalten. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Sondern wir wollen direkt zum nächsten Fehler rüber gehen. Wenn es dann kein sporadischer Fehler ist, dann würde er auch weggehen dabei. Schnell löschen wollen wir nicht. Wir wollen sehen, was da Sache ist im Motorsteuergerät. Das ist auch der letzte Fehler, den ich euch jetzt direkt zeigen werde. Dann würde ich auch gerne dort reingehen, wo ihr seht, dass wir auch verschiedene Sachen konfigurieren oder kodieren können. Also nochmal Fehlercode auslesen. Camshaft System Performance Bank 1. Bank 1 Camshaft Nockenwellensensor ist der Fact. Davor hat es zum Beispiel bei mir in der deutschen Sprache angezeigt gehabt, Nockenwellensensor Bank 1. Jetzt ist es auf Englisch rüber gesprungen, weil ein neues Update durchgeführt worden ist. Und da muss man einfach wieder das Update auf Deutsch durchführen. Und dann zeigt es uns wieder auf Deutsch an. Ansonsten einfach sich bei mir melden und wir lösen das Problem, weil wir von außerhalb auf euer Gerät zugreifen können. Schaut mal, Stellglieddiagnose. Da können wir genauso ganz viele Stellglieder oder Steuergeräte ansteuern. Automatisch oder Kontrolleinheit. Und jetzt schaut ihr mal. Wartungsfunktion. Öl-Service zurückstellen. Reifendruckkontrolle. Öl-Service will ich jetzt noch nicht zurückstellen, weil ich die Inspektion noch nicht durchgeführt habe. Werde ich aber jetzt demnächst tun. Und dann zeige ich euch auch wunderbar im Video, wie ich dann den Service zurückstelle. Wenn wir hier dann auf Programmierung gehen, können wir alles einprogrammieren, was wir da hatten. Wenn zum Beispiel das Fahrzeug Standheizung nicht hat, dann kann man die Standheizung natürlich auch nicht programmieren. Mal sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zuheizer haben, dann können wir auch hier eine Standheizung programmieren, sobald wir etwas eingebaut haben. Also keine Verbindung mit dem Steuergerät, weil wir dieses Steuergerät auch gar nicht haben. Hier Niveauregelung. Niveauregelung. Wir haben hier ein Luftfahrwerk. Luftfahrwerk kann man hier genauso kalibrieren. LWR rechts, Seed Memory, also Sitzverstellung rechts und und und. Steering, Cool, Switch und so weiter. Lenkwinkel, Sensor. Und seht ihr, jedes Mal, wenn irgendwas neu dazukommt, dann wird es hier für euch aufgezeigt. Es kommt man nicht mal vor, dass man irgendwas benötigt zum Programmieren. Man hat es nicht. Dann einfach eine Info geben. Die Info gebe ich dann weiter an Autel und die sollen das bitte für das Fahrzeug wieder reinnehmen. Und dies ist kein Problem. Ein Jahr lang habt ihr auf jeden Fall ein kostenloses Update. Was danach sein wird, nach diesem Jahr, das ist, dass ihr so für eine kleine Gebühr diese Updates durchführen könnt. Also zum Beispiel 20 Euro Gebühr. Das wird euch nicht nochmal 100, 200, 300 Euro kosten, wenn man irgendwelche Updates benötigt. Für die Fahrzeuge, die zum Beispiel schon bei euch vorhanden sind, dann werden die Updates durchgeführt, sofern die Updates durchgeführt werden müssen, ohne dass ihr dafür bezahlen müsst. Systeminitialisierung. Das Problem ist, wenn ihr zum Beispiel ein Luftbike oder irgendwas erneuert oder eure Druckluftkompressor und die Luft ist komplett ganz unten, dann muss man dieses Teil auch wieder neu programmieren und wieder neu befüllen. So sieht es bei diesem Fahrzeug aus. Es gibt auch viele weitere Fahrzeuge, die ihr hier durchführen könnt, auslesen könnt, damit tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ihr könnt hier die Daten speichern. Ihr könnt dann, wenn ihr Parametermessungen durchführt von den verschiedensten Sensoren und so weiter, könnt ihr dann ohne Probleme das Ganze auch speichern, wie zum Beispiel auch Video und so weiter. Also meine Freunde, es folgen von diesem Gerät noch viele weitere Videos, wie ich zum Beispiel bei diesem Ford Galaxy, was da rechts neben mir steht, auch einen Rußpartikelfilter freibrennen werde, weil dies bei diesem Fahrzeug auch mal wieder gemacht werden muss. Nicht nur bei dem Opel, was da war. Ich bin einfach sehr zufrieden mit diesem Gerät begeistert. Und jetzt zuallerletzt zeige ich euch ganz kurz, was ich unter der Parametermessung meine. Also jetzt wollte ich gerade eben nochmal ausprobieren, ob das mit VIN, also FINN-Nummer, mein Fahrzeug findet. Wenn nicht, Autel, ich sag's dir. Ich melde mich bei dem. Und dann muss es auch zusätzlich zu finden sein. Man kann ja nicht alle zigtausende Fahrzeuge direkt jeden Tag betreuen. Sondern, falls man irgendwo einen Fehler bemerken sollte in Europa, also da, wo wir gerade sind, in deutscher Sprache, da müssen wir uns bei denen melden. Und die werden das direkt auch erledigen. Also den Fehler wegmachen. Diagnose. Kontrolleinheit. Was wollen wir schauen? Wir wollen das Motorsteuergerät aussuchen. Systeminitialisierung. Ein schönes Wort. Stellgliedtest. Echtzeitdaten. Beim Motorsteuergerät kann ja jeder die Echtzeitdaten auslesen. Auch mit meinem kleinen Mitmann Live OBD Tool. Diesen Mitmann Live OBD Tool, den könnt ihr auch bei mir auf geldgeil24.shop kaufen. Kostet nicht viel Geld. Kann aber natürlich nicht so viel wie dieses Gerät. Seht ihr? Das ist halt richtig praktisch. Wenn man irgendeinen Fehler sucht, dann haben wir hier die ganzen Daten, um das gleiche auch zu vergleichen. Man kann Datensatz aufnehmen, anhalten, damit wir jetzt Situationen sehen und so weiter. Steigli-Test, Ansteuerung, Brakebooster, Tank, Vent, Wasserpumpe und so weiter. Spezialfunktionen, Kurztest, Systemadaption, Ready-Status, Kickdown-Adaption, only possible for vehicles with the Chronic Transmission. Okay, das machen wir mit euch jetzt nicht. Vakuum-Pumpe testen und so weiter. Da gibt es halt verschiedene Funktionen, wie man das testen kann. Aber ich werde das direkt weiterleiten, dass unsere Angabe hier auf Deutsch erscheinen wird bei diesem Gerät. Das habe ich jetzt auch frisch geholt, das andere Gerät, was ich hatte und dann mein Bekannter bekommen und einfach hier das Ganze einstellen. Falls ihr dieses Gerät haben wollt, schaut unten in der Beschreibung vorbei. Ich werde euch versprechen, dass ich euch betreuen werde, was dieses Teil hier angeht. Ich bin einfach mega zufrieden. Ich arbeite jetzt schon längere Zeit mit diesem Teil und da dachte ich mir, wieso dann auch nicht für euch so ein tolles Diagnosegerät. Es ist auf jeden Fall hilfreich für jede Werkstatt. Und meine Freunde, im nächsten Video werde ich euch meine Reifenmontiermaschine und Reifenwuchtmaschine präsentieren. Und langsam fühle ich mich wie zu Hause. Mein Haus steht noch nicht mit der Werkstatt, welches ich mir jetzt bauen werde. Aber zumindest bei den Schwiegereltern in der Garage. Und da reparieren wir gerade aktuell Autos, Suchenfehler und vieles mehr. Also, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Teil. Bis demnächst. Euer Mitmann live. Ciao. Ja, ja, ihr bösen Park-Sensoren. Jetzt weiß ich, welcher von euch kaputt ist. Sensor 8. Hinten rechts, Mitte. Anhänge, Zugvorrichtung. Steuergerät, Anhängerkupplung. Bist du verrückt? Ja, Mama. Danke, Autel. So will ich sehen. Auf Deutsch. Ciao. .